hallo herzlich willkommen zurück zu einer neuen news video folge ich bin jetzt gerade hier und werde von syrten angegriffen in champions of regnum aber die haben scheinbar keine chance ich möchte euch einfach mitteilen dass ich natürlich wieder genesener bin als zum beispiel gestern und ich halt einfach durch eigenunterhaltung auch mich ein bisschen besser fühle oder und gerne einfach ein bisschen streame aber das habe jetzt ich denke nicht immer aber ab und zu auf twitch und ich schaue einfach mal wie es geht weil wir bekommen dort auch ein bisschen mehr unterstützung auch wenn man nicht im streamer programm ist von regnum bekomme ich sicher ein bisschen mehr unterstützung über dann geht es mir wieder besser und dann kann ich euch auch bessere sachen tollere sachen motivierende sachen zeigen also dass es mir motivierter ist und ich werde einfach mal den ratschlag annehmen was die toxische community zu mir gesagt habe ich werde der beste barbar also mache ich einen barbar will ich einen barbar ob ich jetzt der beste bin oder nicht das ist mir egal aber ich spiele einfach mal einen barbar wieder bin zwar eben jo nicht mehr so gut aber ich weiss es nicht vielleicht wird man ja wieder gut wenn man halt wieder zockt oder ist ja klar wenn du spielst dann mir ist wieder gut ich bin ja auch ein bisschen roh darüber dass ich so wenig sterbe und halt jo ritter und jäger eigentlich ziemlich gut wieder ein bisschen spielen konnte freut mich auch dass ich immer wieder gesagt werde ich werde schlechteste spieler obwohl ich eigentlich defizient ist beziehungsweise der helfendste ist derjenige der meisten hilft stark bin ich natürlich noch nicht ich kann nicht sagen ja ich bin der beste spieler oder aber naja diese clinchy sachen diese unintelligente labberei die gibt zwar den champion zu prägen und ist eine toxische community als vor allem die deutschen und ja kann man nichts machen da wird man einfach gefrontet und das haben sie scheinbar nicht gut gemacht sie wurden getimeoutet oder haben einfach aufgehört jo win für mich und ja ich bin motiviert also tschüss bis auf twitch oben ist die adresse tschüss